Moin, was geht ab ihr Limmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Black Ops. Wir spielen gemeinsam die Kampagne und in der letzten Folge, da wisst ihr ja noch ganz genau, haben wir erstmal die Rakete aufgehalten, davon ins All zu fliegen. Dann haben wir Dragovic, ja, ich will nicht sagen getötet, weil ich immer das Gefühl habe, er ist nicht tot. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt in Kessan, glaube ich war der Name, und müssen die Einheiten hier unterstützen. Und deswegen würde ich sagen, fucken wir gar nicht lang, wir starten direkt rein. Was ist der Brief? Was ist das? Was ist das? Was ist der Brief? Our Frau steht in Tatjüli. Cut Sie in Tatjüli. Let's get it! Shut the button! He's down! Contracts by the train! Enemy by the train! Object your fire! Check your weapon! Hostiles at the guard tower! Contact out! Get fire on the guard tower! Enemy by the train! He's down! Incoming! Move it, Jason! Come on! He's down! That was really close! Here we come! Chip, Emerson, how are we going? We've got a line of Gapop, Elf, they're three yards out! Just hit this! You can't be mine, Mason. Look at the forces, love them! You can't be mine, Mason! Here they come, Mason! I'm going to get out of here! Contact by the train! Get out of here, Mason! Mayday! Mayday! Jesus Christ! Hold this position! Not yet! Floyd! Mason! Go! 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 Go. Go! Bye! Go! Go! Follow us! Go! 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 Go, go! Was ist das? Das war's für heute. Ich bin jetzt mal auf! Ich bin jetzt mal auf! Ihr Covered! Negative! I'm on final, right now! We're almost out of ammo! There's a weapon's cast in our pump on the right! Damn it! But we can't get to it! They closed our right flank! Don't parallel! You're still in a parallel? Yeah! By the turns line! Good no! Freeze! Hold your position! At the turns line! Never mind! Big red rider! What's your position? Just hang tight! Okay, standing by! Go, go, go! Reverse! Everybody turn slow! Turn slow, move! Reverse! Good shot! Tango down! Contract down! What are we doing here? So M16? M14? LMP? Have I already done! Get down! Get down! Run the barrels! Let's light these bastards up! Now, Mason! Do it! Move out! Move out! Move out! Move out! Reloading! Watch my six! We need more! Move out! Right in down! Move out! We're now best here long! Move out! Touchline! Move out! Move out! Attack down! Target down! They're by the trench line! Guns line, movement! Get on! Contact down! We're too wrong! Upload her, leave the barrel! Hallo, berühmt euch doch mal, Alter. Boah, was ist denn hier los, ey? Boah, ey, ist das doch zum Brechen. Wie soll ich denn da vorn kommen, ey? Hinter mir stimmt noch einer. Oh, Junge. Hä? Junge. Steht auf der linken Seite einer, oder was ist denn los? Entschuldigung. Argue, 10 minuten zurück. Wũ seri, Rebrider, over. Fenster mechanic. All on fuel inbound two minutes. Stand better suit, I'm. You're covered. Naked am, I'm on pedal right now. Robin's not an ammo. There's a weapon's cast in that bunker on the right. Dammit! In the shot we're running. We can't get to it, they closed our right flank. Enemy down. Postal, bukuوا, den heywes down. Turrget down. Das war's für mich. Target, Marrow! Riech! Hold your position! Fuck you, Marrow! Roll the Marrow! Riff luck! Take break weiter! Hold your position! Just hang tight! Okay, standing by. Go, go, go! Trenslide, move it! Through the Trenslide! Take back down! Target down! Let's go for the Trenslide! Take back into the Trenslide! Exit! Just hang tight! Shed it down! So like down, move it! Target down! We are hiding! Target down! das werden aber nicht weniger da sehe ich doch die vor noch die ganze zeit nah erzähl mal wie ich da hinkommen soll ja Jungs, hättet ihr eventuell die fucking Güte mal nachzukommen? Jungs, ihr seht das wieder? Jungs! Das sind unsere eigenen Mordern! Und dann sind wir hier! Versuch der HQ! Geht aus der Hölle! Jungs, ihr seht nichts! Oder Sie fern die Hauptpferden! Hört ihr? Hört ihr? Annietsorientiert! Hört ihr? Hört ihr? Hört ihr? Hört ihr? Hört ihr? Ja, 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 ja. Also Respawn-Punkte, beziehungsweise Checkpoints sind hier echt scheiße gesetzt. Das ist ein Witz. Von dem Punkt an, von wo ich vorhin gestartet bin, bis hierhin gab's, wenn ich mich nicht irre, nicht einen scheiß Checkpoint. Das ist ein Witz. 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 Ich bin der N-B-A. Sie haben den N-B-A all über die N-B-A, Wood. Lass ihn auf, Bowman! Klingeln der 9 und dann die Hände. Rebellion! X-B-A, die Räume ist dann! X-B-A, die Claren! Komm an, move auf! Boah, das war knapp, Alter. Hast du ein Segen, dass ich am Controller schlecht bin? Und so wäre der Typ jetzt gehackt gewesen. Aber die klingt schon badass, ne? Die Schat hier. Ok, das haben wir noch mit. Oh, was er sagt? Oh, was er sagt? Was er denn? He's down! Get down! Die Schat hier! X-ray, das ist Lehman 9. Anyone who doesn't get out soon isn't going to. The N-B-A have overwhelmed the entire North Wing. Watches out, Lehman 9er! Moving on! Seifroup, just ahead! Volatil! At the window! Fock it down! Seifroup is down there! There! Don't shout out, bud! He's dead! Keep your head out! Von who? Von... fucking... ..WOA! ich werde ja noch die ganze zeit ich werde ja noch die ich werde ja noch die Ja, können wir jetzt Teams oder nicht so? So, wo ist der Kontakt? Wir müssen zurück in die Kommandung kommen. Wir müssen noch nicht sein. Los geht's! Auf mich! Drücken! Der Safer ist auf der anderen Seite der Kommandung! Ich weiße, dass die D Ich rede es auch so Lopez goes. Oh, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Hostile dam. Confirmed. Incoming! Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Wow, wow, wow! Ich habe es gesehen. Hier oben sollte die Krieger sein. Hostile dam. Ich habe es gesehen. Lema Niner, SIDRAP, über. X-Ray, die FBA haben re-taken die MACV South. You are cut off. Roger that, Lema Niner. You better get your asses in gear if you want an evac. Let's go. We should be in one of these rooms. Mason, take the door at the far end of the hallway. Moment, on me! Meiss. Reznov. How did you get out of Vokuda? Never thought I'd see you alive. Not on you, my friend. I am here with a warning. Your government would do well to him. Dragorvich is planning an attack on the West. Hey, did you see what you came for? Dragorvich. I knew we'd see him again. His influence spreads like a cancer. Even the Kremlin does not know what he is truly planning. He must be stopped, Mason. Yo. Dragorvich. Greschenko. Stein. All must die. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Aber nicht mehr in dieser Folge. Aber vielleicht dafür in der nächsten. Wie es weitergeht mit Black Ops, das seht ihr dann. Also, bis dahin. Auf rein. Cheerio.